Sagt Ihnen der Begriff Fremde-Hand-Syndrom was? Nein. Also wenn Sie das erwischt, zum Beispiel nach einem Schlaganfall oder weil Sie einen Gehirntumor haben, dann kann es Ihnen passieren, dass Ihre eigene Hand versucht, Sie zu erwürgen. Ein Pilot mit Flugangst klingt wie ein schlechter Witz. Was ist passiert? Wir waren verabredet und er hat mich vergessen. Alles in Ordnung. Loretta, ich kann nicht ein Therapeut sein. Warum denn nicht? Ich bin dein Ex-Mann. Ja und? Dr. Lam! Oh, hallo. Was machen Sie denn hier? Ich wünschte, ich habe mein Herz an eine Patientin verloren. Du hast dein Herz schon vor Jahren an deine Patientin verloren, Max. Mein Leben wäre so viel einfacher, wenn ich bei Mona geblieben wäre. Er liebt mich, das weiß ich. Nicht genug. Wie können Sie das wissen? Wie können Sie das nicht wissen? Ich wette, Sie würden sich auch lieber um Ihre eigenen Probleme kümmern. Anders der Eindruck ist, wenn ich Sie mache, dann bin ich noch mehr in Schwierigkeiten als Sie. Was machen Sie, wenn Sie jemandem nicht helfen können? Ich kann nicht nur mal ganz von vorne anfangen, das ist doch verrückt. Wir suchen uns nicht raus, in denen wir leben. Ich habe immer gedacht, wenn ich irgendwann mal tot in meiner Wohnung liege, wärst du der, der mich finden wird. Ich habe gehört, das kommt davon, wenn man in eine Tüte atmet, obwohl man gar nicht hyperventiliert.